hallo leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge und in der version 1.3.2 meine allererste version das kommt schon fast lange nicht in der folge mehr im grunde welchen grunde ich habe einfach mal was anderes genommen und habe ich nie so die zeit und jetzt hier mal gewollt aber jetzt habe ich die zeit drück auf und ich habe hier nie ein bisschen Holz mit und mal gucken was jetzt passiert gar nichts ähm das Video ist, dass wir viel Holz haben und und so jetzt sind es vor dem Moment auch nicht, ne? jetzt geht es geht ok ein ganzes sehr großes Holz das heißt ich kann irgendwie ja hier hier ein 60er aus 6, ne? durch ja durch ähm oh ne ja ja hier Holz ich kann gar nicht abschlachten hier aber oh ne Gehen wir hin bewegen Rückhaul Auf da ne ... ... ... ... ... ... ... Ich hab's nicht geladen. Ich bin nicht da cool, ey. Rüstung und Strahlung. Sieht mir sehr stark nach dem Strand aus. Und ich habe recht gehalten. Aber da sind die Planes und die Planen sind cool. Und vielleicht finden wir ja auch ein Dörfchen hier in dem Planes. Lass doch mal. Schau's an, nicht ganz. Ist gar nicht gut, ey. Lass doch. Und ich kann nicht ver... Aua, das ist irgendwie doof, was sieht. Muss ich's tun. Die wär auch geil. Eigentlich ja, ne? Oder? Gleich ja. Boah, ne Ravine. Da will ich nicht rein. Wieder Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Mä, 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 mä. Ich hab' ich gefordert, gehofft, dass wir ins Wänden. Ist das? Na gut. Mie, die... Wir könnten ja... ...ein Strandhaus bauen. Divers. Ein Strandhaus. Ich hab's gar nicht, das ist ziemlich doof. Aber hier ist schon so ein... ...ääh, so ein... ...Srandhaus bauen. Ist ja geil, oder? Kommt. Letztes Bild. Das Strandhaus. So. Das ist... Oh, gute Idee. Jetzt haben wir ein bisschen Holz. Gute Idee. Mal wieder. Wie so oft. Hier unter Wasser. Ich brauche jetzt hier mal sowas. Gehen. Ähm. Dann brauchen wir was ganz gutes. Sehr gut. Und dann brauchen wir jetzt hier sowas. Blößen. Nämlich. Oh, ja. Dann werden sie ein ganzes Sand auftragen hier. Die Stelle weiß ich, dass man es gut gewählt. Ich bin ganz eben hier. Ich bin ganz eben hier. Ich bin ganz eben. Und dann weiß ich es, was ich glaube... ... gott. ... ... ... ... Können wir jetzt hier was hinbauen? Hier Können Pfeile hinbauen? Das ist klein, oder? Am Anfang ist noch was gut Da ist wieder ein Strandhaus Ja, das sieht nur voll die Wand aus, aber Wenn das alles noch gut machen Eine Schicht haben wir noch Ich hoffe, dass es mir absolut begegnet ist Ich hoffe, dass es euch tot Yes Oh nein Ich hoffe, es ist tot Oh Sehr gut Schon Sandstone Cool Es sieht nicht schön aus, es sieht nicht schön aus, aber das werden wir alles schön machen noch Ah Ich habe schon Pläne Oh 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 Ops Hehehe Ich werde es wieder können, ich habe kurz fragen Oh, mir ist bloß Und das ist ein bisschen überraschend Oh Ich werde es nicht haben, das ist ein bisschen überraschend Das finde ich eine Überraschung Ich kann mal noch so das Höhensystem Ich kann mal noch so das Höhensystem Ich kann mal noch so das Höhensystem zum Haus aber auch was oder ich muss erscheinen und nicht auf die Schuhe das hier hoch machen ich hab hier eine ziemlich gute Idee ich hab hier nochmal 1 2 wenn wir das hier so in der Abtreppe machen ist egal was die Schutzschutzpfeiler und dann lockt es wie so eine Treppe runter das Holz das wird auch mal cool weg hier ist voll geil oder doch kann man mal machen so machen jetzt hier hallo hier so der Eingang ist ist ja cool oder was platzieren ich hab hier noch nie so noch ausgebaut noch nie deswegen ja würde es am Ende ein bisschen scheiße aussehen ich hab auch wie immer keinen Plan im Kopf aber so ist ganz nice oder so ein Strandhaus und dann muss ich so runter egal oder egal oder so kaum Fläche machen aber Wird cool aus eigentlich. Ich glaube, ich hoffe das. Dies, weil er ihm dann weiter nach hinten verschieben ist. Gefällt es eigentlich. Es geht besser, aber ja. Ja, Mist. Oh Mann. So, das war so. Und dann noch ein bisschen. Und dann hinten war es. Ich muss hier hoch gehen Also hier hoch reingehen Also direkt diese Glypfe und die sind am Strand oder so Hm Also hier um 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 Ich sollte ein paar Mal kommen. Ja? Ich sollte ein paar Mal hier sein? Die gleiche Höhe, ne? Ich hoffe schon Hier wär's ja noch zu schnappen Und so Dann haben wir hier so'n Balkon Nice, oder? Okay, dann alles weiter in der nächsten Folge Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Wohl-Siegel bitte Abonni-Kartessen Und tschüss